Stephanie Giesinger genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen Etwa sieben Jahre sind die ehemalige Germany's Next Topmodel-Siegerin und Marcus Butler ein Paar. Nach monatelangen Spekulationen folgt im Oktober dann aber die Gewissheit, der YouTuber und das Model gehen getrennte Wege. Für die 26-Jährige scheint die Trennung aber eine gute Entscheidung zu sein. Im Bali-Urlaub mit ihren Freundinnen zeigt sie sich jetzt rundum happy und gibt Einblicke in den idyllischen Trip. Von Meditation bis zu entspannten Tagen am Strand ist alles dabei. Ich bin so glücklich macht die Beauty deutlich und das ist Stephanie auch durchaus anzusehen.